Gerade in dieser Zeit, wo wir wirtschaftlich so angeschlagen sind, sich über eine 4-Tage-Woche Gedanken zu machen, ist so ziemlich der abstruseste Bullshit, den man sich von allen dummen Dingen, die man sich überlegen könnte, überhaupt nur denken kann. Kommen wir zu einer weiteren, sehr, ja, doch sehr ernsten Frage. Die hat eine junge Dame geschrieben und sie schreibt zur 4-Tage-Woche. Doppelpunkt. Bin auch nicht der Fan davon zu sagen, Zitat, will nicht viel mehr arbeiten, mimimi, also sie meint damit quasi Leute, die sich vor Arbeit scheuen, aber einfach reinzuackern in irgendeinen Job, nur um ein Land zu retten, das von einem oben herabgewählt, von einem Teil, gewollt zerstört wird, scheint mir irrsinnig. Für ein System zu arbeiten, welches darauf abzielt, mich klein zu halten und mich als Batterie wie in der Matrix zu melken. Ja, also ja, im Film, die Matrix, wurden ja die Menschen quasi ihrer Energie gemolken, gedraint. Geht mir mehr als gegen den Strich. Mein Ansatz wäre der, Menschen dazu ermutigen, einen Weg zu finden, der Leidenschaft bedeutet und somit lebenslangen, bezahlten Urlaub zu genießen. Also wenn ich dazu mal was sagen darf. Ich denke, bei meiner Arbeit, die ich täglich mache, keine einzige Sekunde daran, dass ich das mache, um ein Land zu retten. Ja, ich, alles was wir machen, alles was wir tun, tun wir für uns selbst in allererster Linie einmal. Und nachher, was dieses Land macht, das ganz offensichtlich im absoluten Selbstzerstörungswahn mit 320 auf der linken Spur ist, um zu versuchen, möglichst hart gegen die Wand aufzuschlagen, ja, das ist offensichtlich, das ist nicht mein Schicksal. Und ich arbeite deshalb nicht mehr oder nicht weniger für dieses Land oder um dieses Land zu retten. Mit Sicherheit zahle ich sehr hohe Steuern, ja, die gehen an dieses Land. Aber das umso mehr motiviert mich das, nicht weniger, sondern es motiviert mich mehr, damit der Anteil, der bei mir bleibt, möglichst hoch ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Zeit aktuell, wo Leute denken, gerade in dieser Zeit, wo wir wirtschaftlich so angeschlagen sind und auch hinter den anderen Staaten Europas, nicht nur weltweit, immer mehr zurückfallen, sich über eine Viertagewoche Gedanken zu machen, ist so ziemlich der abstruseste Bullshit, den man sich von allen dummen Dingen, die man sich überlegen könnte, überhaupt nur denken kann. Ja, also wenn jetzt, anders gesagt, mehr als zu anderen Zeiten zuvor, vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dieses Land in Trümmern lag und übrigens die Leute nicht weggeflüchtet sind, sondern die Trümmerfrauen hier in Deutschland Backstein für Backstein wieder selbst aufgebaut haben, zu diesen Zeiten, als wir Deutsche unser Land wieder aufgebaut haben, ja, da musste man auch voll reinhauen. Und ich meine, jetzt ist gerade wieder eine Zeit, um sich abzusetzen von anderen, indem man Gas gibt, ja, man, man pusht mehr als andere. Dadurch kann man sich absetzen und dadurch wird man auch entdeckt von Unternehmen, von Unternehmern. Wenn ich also Leute sehe, die jetzt richtig Gas geben, die mehr machen, als sie eigentlich müssten, dann geraten die bei mir in den Fokus. So, das wollte ich mal nur dazu sagen, zu dieser Einstellung irgendwie nicht zu arbeiten, weil man denkt, man würde damit das Land retten. Nee, am Ende des Tages rettest du dich selbst damit. Genau, das ist der wichtigste Punkt daran. Wenn du arbeiten gehst, arbeitest du in erster Linie für dich selbst. In Deutschland hast du eben Papa Deutschland über dir sitzen, der die Hälfte abnimmt. Papa Ari, Papa Deutschland, der immer die Hälfte noch nimmt. Und das ist halt den Umständen entsprechend. Aber du bist ein erwachsener Mensch. Du bist in der Lage, dich selber, wenn du das siehst und dich dort siehst, in jede Position auf dieser Welt, in jedes Land zu bringen, was ein anderes Steuerumfeld hat. Oder eben das so hinzunehmen und dann eben mehr zu arbeiten. Das liegt am Ende des Tages an dir, wo du dich befindest. Und diese 4-Tage-Woche, die finde ich aus einer Hinsicht sehr, sehr gefährlich. Weil in einer 4-Tage-Woche oder in dieser Dystopie von, hey, keiner muss mehr arbeiten, weil der Staat, der verdient doch so viel Geld. Und mit KI haben wir so viel Geld, dass keiner mehr irgendeinen Mehrwert erbringen muss. Weil das ist, was du machst. Wenn du Arbeit erbringst, dann erbringst du einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und eigentlich funktioniert eine offene Wirtschaft, eine freie Wirtschaft so, dass umso mehr Mehrwert du erbringst, umso weniger austauschbar du bist, deine Vergütung in dieser Wirtschaft höher ist. Das heißt, die Menschen, die wichtigere eigentlich, ich sage nicht, dass es so aktuell ist, aber die Menschen, die eigentlich wichtigere Dinge erbringen in einer Wirtschaft, die sollten die sein, die den höchsten Wert zurückbekommen, weil es ein fairer Austausch sein sollte. Wir haben aktuell aber leider ein Finanzsystem, das von Kreditschaffung lebt und dafür sorgt, dass Menschen, die lebenswichtig sind, wie Ärzte, wie Krankenschwestern, wie Lehrer, rein gar nichts bekommen und auf der anderen Seite Leute den Gelddrucker anschmeißen, auf einen Knopf drücken, dann Immobilien damit kaufen und dann kostenlos Geld verdienen, was aber auf Kosten aller anderen Menschen geht. Ja, dieses System existiert. Ja, wenn man als Krankenschwester arbeitet und nicht nur einen gesellschaftlichen Wert einbringt, sondern eben auch sich selber Geld verdient, kann sich das sehr, sehr hart anfühlen. Das verstehe ich und ich finde, es ist etwas sehr, sehr Schlimmes, etwas Grausames, etwas, was sich ändern sollte langfristig. Aber als Person rumzusitzen und zu sagen, hey, gut, dann mache ich so wenig wie möglich, dann lasse ich mich darauf ein, dann gebe ich alles ab, dann erbringe ich keinen Mehrwert mehr, weil das ist ja das, was das System von mir möchte. So gibt man auch seine Freiheit ab. Und am Ende des Tages wird man sich dann selber erst in der Position finden, dass man zur Vier-Tage-Woche zugestimmt hat. Und jetzt hat man ja so viel Freizeit. Irgendwann hat man sieben Tage Freizeit und merkt, ich kriege alles, was ich habe, vom Start. Wenn ich eine andere Meinung habe, wenn ich andere Menschen wähle, wenn ich mich anders verhalte, habe ich plötzlich kein Geld mehr, habe ich plötzlich keine Freiheit mehr, habe ich plötzlich kein Auto mehr. All das kann passieren. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Dystopie, aber es passiert nicht von einem auf den anderen Tag. Es passiert schrittweise. Und der einzige Weg, sich zu hatchen, sich abzusichern, ist, indem man immer einen Mehrwert bringt. Indem man nicht austauschbar ist. Indem man sich selber monetär und monetär dann in Mitteln, in echten, realen Gütern in dieser Welt so positionieren kann, dass man etwas hat, etwas von echtem Wert, was nicht nur Geld ist, sondern das kann ein Haus sein, das kann ein Grundstück sein, das kann Gold sein, das kann Bitcoin sein, das kann das sein, was du dir erspart hast durch deinen Output. Und ich glaube, das Wichtigste sollte sein für jeden Menschen, bevor er anfängt über irgendein Investieren und ich mache jetzt einen 100-Euro-Bitcoin- oder Gold-Sparplan und ich verdiene aber 700 Euro und arbeite von 9 bis 16 Uhr im Callcenter und ich glaube, irgendwann schaffe ich es dann, damit reich zu werden, das ist absoluter Schwachsinn. Wenn du jung bist, wenn du gesund bist, dann sollte deine Priorität darin liegen, dein Geld zu nehmen, um deinen eigenen Wert, deinen Mehrwert, den du erbringen kannst für die Gesellschaft zu maximieren, damit du mehr Geld verdienst und dann mit diesem Geld mehr Dinge anfangen kannst. Es bringt nichts, absolut rein gar nichts, wenn du einen Nebenjob hast, ich weiß nicht, du verdienst 450 Euro, gehst noch studieren oder arbeiten nebenbei und jetzt investierst du 200 Euro davon jeden Monat in einen Bitcoin-Sparplan. Davon wirst du auch nicht Millionär, davon wirst du auch nicht finanziell frei. Es ist die harte Realität. Wenn du diese 200 Euro stattdessen nutzen würdest, um in deine eigene Bildung zu investieren, vielleicht ein Gym-Abo abzuschließen, damit du dich körperlich fitter hinbekommst, damit du dadurch einen besseren Rhythmus hast, damit du dadurch mehr lernen kannst, damit du dich dadurch verbessern kannst und dich dann in eine Position bringst, in der du nicht nur 400 Euro verdienst, sondern 1.000, 4.000, 5.000, 10.000, dann kannst du plötzlich 5.000 Euro Bitcoin kaufen oder 5.000 Euro Gold kaufen und das sollte erstmal das Hauptziel von jedem Menschen sein, seinen eigenen Mehrwert, den er erbringen kann, innerhalb der Gesellschaft zu steigern und um den zu steigern, musst du dich selber verbessern. Du musst mehr lernen, lies Bücher, du musst nicht unbedingt alles in Schule oder Studium lernen, sondern du kannst das auch über eigene Wege lernen, Disziplin, kannst du die auch in einem Fitnessstudio erlernen, wenn du es vorher noch nie hattest. Da gibt es viele Wege und ja, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen von der Frage abgedriftet. Nö, nö, gut, du hast es gut gesagt. Ich denke, man merkt hier, dass wir da beide ganz klare Meinungen haben und die sind nicht im Sinne von irgendwelche, auch nur den Hauch von irgendeiner Ausrede, etwas nicht zu tun, weil der Staat oder sonst irgendein äußerer Einfluss mich davon abhält. Das ist alles Bullshit. Lasst euch das nicht einreden. Das sind Einstellungen von Losern, um es mal ganz klar zu sagen. Ich denke, da positionieren wir uns auch ganz klar. Macht das Beste aus euch selbst. Ihr seid das wichtigste Humankapital für euer eigenes Leben und ihr könnt euer eigenes Leben zu 100% selber steuern.